In diesem Video möchte ich dir meine PK30 Workout Erfahrungen teilen. Ich möchte darauf eingehen, was das Inhalt dich zu bieten hat. Ich kann dir natürlich nicht alles zeigen, da ich keine Probleme bekommen möchte von Michael. Aber ich möchte dir einfach mal einen Einblick geben, was sich hier erwartet und was sich hier nicht erwartet. Und ich habe dir den Kurs in der Videobeschreibung verlinkt, falls du im Laufe des Videos merken solltest, das könnte was für dich sein. Da kannst du mit einem Klick dir das Ganze nochmal anschauen. Wie du erkennen kannst, gibt es hier drei verschiedene Schritte, die du hier durchläufst. Wenn du Anfänger bist, empfehle ich dir natürlich erst mit dem ersten Schritt zu beginnen. Das Programm hier von Michael beinhaltet verschiedene Workouts. Die werden eben dementsprechend in drei verschiedene Niveaus eingeteilt. Und ich zeige dir mal, was es genau beinhaltet. Gehen wir hierzu mal auf den zweiten Schritt, da kann ich dir das besser veranschaulichen. Und wie du hier sehen kannst, hat das Programm verschiedene Elemente. Einmal hat es den Fettkiller, die Mission Knackpo, die Sixpack Euphorie, den Strafmacher, das Lieblingskardiotraining, die Erholung. Im Prinzip gehen die Fettkiller, Mission Knackpo und der Strafmacher und die Sixpack Euphorie 30 Minuten. Und jedes Training hat im Prinzip eine Aufwärmphase, den Hauptteil und die Abwärmphase. Ich sage mal, Pi mal Daumen geht die Aufwärmphase zwei Minuten. Dann geht es direkt über in den Hauptteil des Trainings. Dieser besteht aus vier Zirkeln und jeder Zirkel besteht aus sieben Übungen. Diese werden dann ganz speziell in verschiedenen Intervallen aufeinander folgend durchgeführt. Das kürzeste geht ungefähr 30 Sekunden und das längste geht 60 Sekunden. Und ja, ich gehe nochmal hoch auf die Menüleisten, dann gehe ich hier mal auf Geschenke. Und hier kannst du dann auch sehen, du bekommst ja auch ein kleines Handbuch mit Tipps für maximalen Erfolg. Du bekommst unter anderem auch einen Einkaufszettel. Den kannst du einfach mitnehmen, in den Laden laufen und direkt einkaufen. Und hier weiter unten findest du dann auch den 60-Tage-Trainingsplan. Aber es ist im Prinzip sehr einfach und schnell durchzuführen. So viel kann ich sagen. Und ja, kommen wir mal darauf zu sprechen, was macht eigentlich diesen Kurs so einzigartig. Ich finde, der Kurs ist in der Hinsicht einzigartig, da er wissenschaftlich fundiert, aufgebaut ist. Es handelt sich hier nicht um Pro-Science. Vielleicht ist dies hier ein Begriff. Es gibt ja viele Fitness-Youtuber, die stellen sich vor die Kamera und erzählen dir dann irgendwas, was für sie funktioniert hat. Aber dahinter steckt keine Wissenschaft. Und das fand ich sehr gut, dass hier Michael wirklich auf die Studien, auf die Wissenschaft Fokus gelegt hat. Es geht hier nicht so viel um Theorie, es geht mehr um die Praxis, dass du es einfach durchführst. Und das fand ich an diesem Kurs hier mega cool. Und das hat mir eigentlich nicht so gut gefallen. Nun, ich hätte mir gewünscht, dass mehr Videos beinhaltet sind. Also man bekommt hier schon eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und man wird hier wirklich an die Hand genommen. Aber ich denke, ein paar Videos mehr hätten nicht geschadet. Das ist mein persönlicher Eindruck von diesem Kurs. Aber ich denke, das meiste erklärt sich selbst in diesem Kurs. Also wenn du daran Interesse hast, dann klicke den Link in der Videobeschreibung. Es ist wirklich ein vernünftiger Kurs. Es ist keine Pro-Science, sondern wirklich wissenschaftlich fundiert. Und dementsprechend kann ich dir diesen Kurs empfehlen. Klicke den Link in der Videobeschreibung. Und falls du noch weitere Fragen hast, dann kannst du natürlich auch mir Fragen stellen. Schreib es einfach in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zuschauen.